Wo Sie die größten Spannungsfelder im Hinsicht auf die internationale Gemeinschaft planen sehen? Aber ich komme darauf, warum jetzt, dass die Welt schweigt gegenüber Afrin und auch die Menschenrechtsorganisationen Ich möchte nicht die Staaten und die Menschenrechtsorganisationen voneinander tränen Weil in der Praxis gegenüber Afrin, es ist uns klar geworden Wir haben festgestellt, dass die Menschenrechtsorganisationen ohne Entscheidungen der Staaten können nichts machen, machen nichts Ich will ein Beispiel nennen, in einer Sitzung stattgefunden hat Der Sprecher oder Vertreter der Flüchtlingsorganisation Wir haben gesagt, die Lage der Flüchtlinge in Rojava liegt auf der Hand Die Antwort war, ja, wir sehen die Lage, wir wissen das, wir betrachten das, beobachten das Aber leider können wir nichts machen, weil das eine politische Sache ist Das heißt, wenn die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dann wartet man auf eine politische Entscheidung Also natürlich, die Staaten tun das entsprechend ihrer Interessen Ich möchte auch Deutschland erwähnen Erdogan empfangen hat, wie ein Spiegel vor unseren Augen Ich möchte noch ein Beispiel aus der Praxis erwähnen Seit einer Woche befinden wir uns in Deutschland In einem Treffen haben direkt uns gesagt Wir haben Interessen mit dem türkischen Staat Wir haben Interessen mit dem türkischen Staat Die Türkei bedroht uns mit der Akte von Flüchtlingen Leider bekommen sie keine Antwort von europäischen Staaten Sie haben uns gesagt, es gibt auch die USA und die USA können ihre Meinung in jeder Minute ändern Also was uns klar wird, ist, dass die Kurden durch ihre Kraft vorhanden sind Deswegen am Anfang auch habe ich gesagt, ich rufe die Staaten nicht dazu auf, sondern richte ich mich an die Völker Wenn wir sehen, dass keiner will, dass in Syrien zu einer Lösung kommt Wir haben gesagt, nach der Befreiung von Raqqa, haben wir uns vorgestellt, dass es zu einer Lösung in Syrien wird Aber leider, damit die Interessen geschützt werden, würde der Kampf weitergehen in Deir Sur Wir haben uns vorgestellt, dass die Stadt Deir Sur und die Gebiete werden als Letzte sein Aber der türkische Staat hat Afrin angegriffen Die Großstaaten wollen nicht, dass die demokratische Selbstverwaltung als Lösung für Rojaba, für Nordsyrien und für gesamte Syrien durchgeführt wird Weil, wenn das wird, das ist das Ende ihrer Interessen Es gibt Waffenkäufe zwischen Staaten, unter anderem zwischen Deutschland und der Türkei Aber auch Erdgas und andere Deals In einem solchen Fall natürlich werden sie sich an ihre Interessen schauen und nicht zu den Kurden Das ist das Ende der Türkei Und das ist das Ende der Türkei